hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von die sims 4 szenario keine fähigkeiten kein problem und ja wir haben uns jetzt schon 6580 simoleons zusammen und eigentlich könnte ich hier noch die samenpakete öffnen vielleicht ist ja was dabei war sich noch im erzählen der jahreszeit anpflanzen kann ich meine sowas schadet ja nie im prinzip kuschelkatzen links das kann man auch mal anpflanzen die karotte ist eigentlich auch im im frühling dran sollte man vielleicht dann auch demnächst mal anpflanzen dann viel spaß dabei eigentlich könnten wir das ja mal öffnen wir haben sogar eine schatzkarte gefunden aber die bringt uns nicht wirklich war so mal ich bin mal gespannt wie lange das dauern wird pinwand ist voll ach guck mal jetzt kann man könnte man die eigentlich weiterentwickeln aber das kann wir nicht weil wir zu doof sind dafür und auch so zu doof dafür bleiben deswegen versuchen wir das auch erst gar nicht aber wir kommen doch schon naja wir kommen eigentlich nicht so gut voran ach guck mal die sind jetzt auch tatsächlich sind welche am wachsen da müssen wir unbedingt unseren ach du scheiße was jetzt mit dem garten passiert hallo ich glaube ich habe mich in lily hübsch verknallt meinst du ich sollte einen versuch starten das muss ja noch selber wissen wenn er die drauf ansprechen möchte oder nicht ich habe lust ein bisschen zu falschen begleitest du mich zum flohmarkt na gut aber nur dieses eine mal also dass sie schon zwei aber ich kann nicht gehen das wache okay das wache ich habe was ich hab Das ist auch ein schöner Sessel, ne? Aber 500? Ja, das sieht doch irgendwie cool aus. Ich meine, das wird uns ja nicht unbedingt uns davon groß abhalten, dass wir die 400 hat. Was ist denn? Und ich hatte eine Menge Spaß. Ja, wie schön. Zu Hause können wir uns dann den neuen Sessel dran dingsen. Wir haben selber gar kein Instrument, ne? Aber es verkauft halt auch nie jemand irgendwas. So, und jetzt? Ne, ich denke mal, wir gehen jetzt mal nach Hause. Warum muss ich denn eigentlich... Warte mal. So, wir stellen uns mal hier lustig vor. Und dann handeln wir mal. Bist ein hartnäckiger Feicher. Ja, weißt du was? Ich gebe dir 25% auf die Sachen auf meinem Tisch für 15. Ich weiß nicht. Ich würde lieber gerne irgendwie anders an Geld kommen. Außerdem muss ich ja dafür ja erstmal Geld verdienen. So, ich würde jetzt gerne nach Hause fahren. Weil ich muss ja auch noch andere Dinge erledigen. Wie komme ich an gescheit Geld dran? Das ist die Frage, ne? Ne, die nehmen wir nicht mit. Die kann jetzt auf dem Flohmarkt bleiben. Wenn ohne... Warum ist der Baum jetzt weg? Oh, ich verstehe das manchmal nicht. Ah, sie ist schon wieder da. Ah. Ich würde so gerne wissen, warum manche Pflanzen dann plötzlich eingehen. Das ist jetzt schon wieder, was willst du? Ja, wie lange willst du denn noch an den Käfern hängen? Na, was für dich hier hin? Ich weiß gar nicht, warum die alle hier hinkommen. Die könnten eigentlich auch noch ein bisschen angeln gehen, ne? Also, ich weiß noch nicht, was sich wirklich rentiert, womit wir Geld verdienen. Eigentlich Schauspieler, ne? Ist auch so eine Sache. Aber wie schon gesagt, man muss dafür halt auch ganz gut sein. Haben wir eigentlich schon irgendwas, was wir im Belohnungstor kaufen können? Ich glaube nicht, ne? Was ich rentieren würde, wäre, glaube ich, bauen schneller Beziehungen und Fähigkeiten auf, die sich außerhalb ihrer heimatlichen Nachbarschaft aufhalten. Ne, das bringt's nicht. Kostenlose Dienste nicht. Markttauglich. Das wäre doch ein Ziel, was wir uns setzen können, sobald wir genügend Punkte haben. Ja, bitte verkaufen. Ich bin hier halt sehr beschäftigt, Madame, deswegen... Ich meine, wir könnten unsere Erdbeeren hier eigentlich verkaufen. Wie viele Tage im Frühling haben wir denn noch? Ah, noch 20 Tage. Da könnte ich eigentlich ein paar Erdbeeren noch anpflanzen, die hier draußen wachsen können. Wie viel Platz habe ich denn noch? Hier, guck mal, ich könnte hier eine ganze Kolonie an Erdbeeren pflanzen. Aber ich glaube, das wäre dann ihr eigener Beruf, ne? Dann direkt... Ich glaube, was ich machen könnte, wäre mal ein paar Bäume hier verkaufen. Die brauche ich eh nicht. Bringen mir eigentlich auch nicht so viel ein. Und dann würde ich einfach... Ach, guck mal. Das ist warum... Wir könnten eigentlich so ein paar von den Dingern auch noch... hier hin pflanzen. Hier kann man mal verkaufen. Und das wollten wir uns ja hier hinstellen. Und natürlich sitzt die eine jetzt auf dem Sessel. Deswegen kann ich den nicht wegpacken. Wir könnten uns... Wir könnten natürlich auch Eier verkaufen. Aber dann auch noch... Also, es gibt Dinge... Ich weiß nicht, ob das wirklich... So... Ja... Ich weiß nicht. Wir könnten uns natürlich auch Gartenbeete hier hinsetzen. Und... Und Kopfsalat oder was auch immer. Kürbis anpflanzen. Das kostet alles Geld. Und dann bin ich wieder ein bisschen weniger... näher an den... 400.000. Okay. Man muss ja insgesamt 400.000 verdienen, oder? Mit Blumenbinden... Weiß ich nicht. Ich finde, es ist schon... Ziemlich... Ja... Direkt ein Viehstall und dann sich um eine Kuh kümmern. Ist das nicht auch ein bisschen zeitaufwendig? Und halt Milch an... An... Also, verkaufen? Ich weiß nicht. Rentiert sich das? Ich versuche einfach alles Mögliche, um irgendwie noch nebenbei an Geld zu kommen. Sag mal, kann ich den auch mal gescheiter hinstellen? Wollt ja jetzt eigentlich Erdbeeren anpflanzen. Wie soll die denn eigentlich so viele Pflanzen bewirken? Und dann noch gleichzeitig sich um eine Kuh kümmern, hm? Kann mir das einer erklären, wie ich das unter einen Hut bringen soll? Außerdem habe ich mir jetzt keine... keine... Pflanzen... Kübel... hingestellt. Bin auch sehr schlau. Ja, da ist der... Der Ding ist halt im Weg. So. Gut. Dann gucke ich mal, dass wir die Erdbeeren hier... Weil die bringen halt auch viel, ne? Gut. Dann kannst du dich ja mal da drum kümmern. Ich glaube, eine Kuh kostet zu viel. Keine Ahnung. Achso, jetzt pflanzt sie die... Ja. So hatte ich mir das gedacht. Und du pflanzt auch nur das, was so... Weil du drauf Bock hast, hm? Hier kaufen. 400. Wir könnten natürlich auch Lama-Wolle... Hm. Was ist denn im Prinzip dann mehr wert? Darauf habe ich noch nie geachtet. Aber wir müssen den Frühling nutzen... Und so viele Erdbeeren wie möglich... Schon mal anpflanzen. Ja, bewässern brauchst du hier nicht, ne? So, du hast, glaube ich, genug Spaß. Aber die Pflanzen hier brauchen auch Wasser, ne? Also die Sachen brauche ich nicht verstehen, ne? Warum sie manches nicht gleich schon direkt mit... So, was könnten wir denn kaufen? Entweder ne Lama oder ne Kuh. Ach komm, wir nehmen ne Kuh. Hallo? Hallo? Kontakt knüpfen. Dann streicheln wir dich doch mal gleich direkt. Ich wollte schon immer so ne gefleckte Kuh. Ich mag die schwarz-weißen. So knuffig. So, die ist direkt müde. Ich hätte sie zwar am liebsten auch gerne gemolken, aber... Wenn sie nicht möchte... Oder beziehungsweise es ist halt auch alles... Dass sie Garten arbeiten mag. Ja. Das wollte ich doch von dir endlich mal hören. So, wann geht's denn eigentlich los mit der Arbeit? In fünf Stunden wieder. Ich bin mal gespannt, ob das hier was bringt. Ich hab mir schon gesagt, wenn wir hier schon die ganze Arbeit machen, wie wollen wir dann auf der Arbeit noch gescheit Arbeit leisten? Gibt's eigentlich Sprinkler? Gibt's hier Sprinkler in dem Spiel? Ich bin mir nicht sicher. Ja. Aber nur das. Aber es gibt keine Bewässerungssachen, oder? Klar, ich könnte... Ich könnte nicht, weil ich brauche dafür... Brauche ich meine Verbesserungsfähigkeit, Geschicklichkeitsfähigkeit. So, ähm... Wie geht's der Kuh denn? Sie ist glücklich, sauber, satt und zufrieden. Oh Gott, die Rechnung. Wie viel muss ich denn bezahlen? 456. Bis die mal durch ist. Ich glaube, ich suche mir doch einen Job, den ich auch von zu Hause aus üben kann. Aber ich würde halt gerne noch es schaffen, nochmal befördert zu werden. Bis wir halt tatsächlich eine Fähigkeit irgendwie verbessern müssen. Und dann würde ich gerne mal gucken, ob wir da nicht einen für zu Hause dann... Dingsen können. So, dann geh mal was essen. Weil manche machen ja direkt Frühstück auf der Arbeit, ne? Was willst du denn da... Ach, hier unten gibt's auch was zum Essen. Und dann gehst du wohin und willst das essen? Ach, hier. Ach so. Dann hättest du auch gleich hier hoch und hier was rausnehmen können, oder? Also manchmal verstehe ich sie da halt einfach auch nicht. Wo ist denn der Oklahoma? Ach, hier. Was sollen wir denn über Kollegen tratschen, glaube ich. Über, 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 über Kollegen tratschen. Dann mach das mal. Er kommt ja auch extra hochgedackelt, wie nett von ihm. So, hast du jetzt das auch erledigt? Nee, ne? Also irgendwie... Leider doch immer irgendwie ein bisschen zu blöd dafür. So, das hätten wir geschafft. Tiefgründige Unterhaltung können wir gleich hinten dran schieben. Hoffe ich. Boah, wo ist die tiefgründige Unterhaltung? Sag mal, Junge, ich möchte gerne... Ne tiefgründige Unterhaltung mit dir... ...hören. Oh. Sag mal... Oh. Bäbellampe erfinden. Bis zu unwohl. An einem Computer basteln. Da müssten die erst mal Platz machen. Warum läuft sie eigentlich immer so oft hin und her? Ja. Also der ganze Arbeitstag hier ist quasi im Arsch. Lauernde Furcht. Oh Gott. Ich glaube, ich müsste hier mal ein Bett hinstellen. Damit die Kollegen hier auch mal... ...sich hinlegen können, wenn es halt mal... Einfach genial. Ein Bett. Ja, ich glaube, ich will ein Bett haben. Am besten, was direkt fiel... Hier. Irgendwo... ...würde das doch hinpassen, oder? Warte, guck mal. Hier ist ein Büro drin. Wer brauchen das? Niemand, oder? Da kann ich doch das Bett reinstellen. Ist das das? Mit acht, genau. Dann geh mal... Mein Gott. Damit wir mal ein bisschen... Wir bleiben auf jeden Fall länger. Aber so können wir doch nicht arbeiten. So, du wirst jetzt erst mal hier eine Schwebellampe erfinden müssen. Und das im Schlammernzug. Genau. Ja, so ein bisschen müssen wir das hier jetzt mal... ...noch antreiben, dass sie ein bisschen mehr bessere Arbeit geleistet hat, oder? Oh, okay. Oh, okay. Das ist ein bisschen... ...Rosenparfüm. Wir brauchen eine Rose. Gibt es hier irgendwo schon Rosen? Nö. Wir haben selber keine Rose, oder? Nee, ne? Nur Erdbeeren. Das ist schade. Wo ist denn die Kaffeemaschine? Vielleicht könnten wir einfach auch mal noch einen Kaffee uns zubereiten. Für die Energie. Letztendlich hatte ich kein Date mit Lilly, hübsch. Das tut mir leid. Ja, wenn er halt dann doch nicht, doch keinen Bock hatte, dann ist das doch nicht schlimm. Weißt du, der ist alle nase lang in irgendjemand anderen irgendwie verknallt. So, jetzt muss ich noch ein Kristall analysieren. Bitte trink den mal schneller. Ja, ich weiß, du bist angespannt. Ich bin auch ein bisschen angespannt, weil du hier nicht die Arbeiter bringst, die du erbringen haben könntest. 462, immerhin. Ich bin mal gespannt, wie lange es jetzt noch dauert, bis wir wieder befördert werden. Oh, bitte geh einfach mal schlafen. Wie sieht denn unsere Leistung aus? Guck mal, es ist doch schon immer näher gerückt. So, warum bist du jetzt wütend? Kontrollverlust. Dann habt doch auch mal gescheite Wünsche, dann kann ich dir auch helfen. Dann geht's zur Ablängsung mal wieder Apfelmoos. Dann müssen wir uns mal um unsere Kuh kümmern. Dann geht's zum Beispiel. Dein Ernst jetzt? Ich habe halt keine Zeit. Bis wir heute nicht arbeiten, doch. Oh Mann. Also lange halten wir das nicht aus. Das ist einfach so genial, ne? Komm, im Prinzip zu nix. Komm, wir machen heute auch nochmal mit. Und hoffen, dass wir irgendwie vielleicht doch befördert werden oder so. Also, ein Metall analysieren. Diesmal ist sie ja auch ausgeschlafen, von daher wird das ja kein Problem sein. Da war doch Metall. Um Metall bitten. Na komm. 10 Minuten an der Rakete arbeiten. Ja, das kriegen wir bestimmt auch hin. So, dann können wir hier hinten an einem Computer rumbasteln. Heute leisten wir bestimmt wieder bessere Arbeit. Aber, meine Lieben, das war es erstmal für heute. Beim nächsten Mal geht es weiter mit dem Versuch, gescheit Geld zu verdienen. Und ja, bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und tschüss. Tschüss. Tschüss.